You can't touch this You can't touch this Hallöchen Freunde, cool dass ihr am Start seid zu einer neuen Folge Valheim Jo, schön gestorben, Ende letzter Folge, wir müssen uns jetzt hier erstmal irgendwie fix was anziehen Huch, was hauen wir uns mal an, eine Eisenschuppenrüstung eigentlich, ne? Die und die brauchen halt auf jeden Fall ein Schild und wir brauchen noch irgendwie was zum draufhauen Das Ding hier Ich möchte jetzt eigentlich gerade gar nicht so viel Lebensmittel reinhauen Weil wir ja die besseren, ach nein, jetzt haben wir ja natürlich auch den Schlangeintopf verloren Naja, einer muss, was soll's Zack, den hauen wir uns rein Boah, wir sind sowas von out of Lebensmittel Was hatten wir denn noch, was macht denn der Fisch? Bisschen Gesundheit rein, okay Schaffen wir das so? Wenn ich jetzt nochmal sterbe, wäre richtig hart Weil, dann haben wir wieder einen Schlangeintopf verloren Aber wir haben zumindest, aber wir haben keinen Helm Komm, wir hauen uns noch einen Helm schnell drauf Rüstung Wo ist der gute Helm? Hä? Hier ist er Eisenhelm Drachenhelm Und zack, so Es gibt wirklich kein gutes Wetter im Spiel, ne? Also ganz selten Oder Odin ist sauer, weil wir zweimal gestorben sind Kann natürlich auch sein Schaffen wir das jetzt? Ich denke schon, oder? Komm, zack, wieder zur Schlange rein Ah, ich hätte gleich mal Das Schild auswählen können Ich werde doch schon wieder angegriffen Aber ich glaube, es hittet nicht Ich hätte ihn eigentlich nur mal perfekt blocken müssen Ah ja Weiß nicht, wo die totes Kidos sind Macht mir ein bisschen Angst So, jetzt ziehen wir an Was hatten wir? Wir haben ja den hier genau Zack, zack und zack Das und das Dann haben wir wieder alles an Jetzt sind die natürlich nicht mehr da Dankeschön dafür Drei Münzen Machen wir vier Steine weg Nun sind wir jetzt schon wieder komplett voll Und da ist richtig Loxpower hier am Start Müssen nochmal fix zurück Inventar leer machen Und dann mal da umdrücken, dass wir eine Tergrube finden Ich brauche unbedingt eine Ah, jetzt fange ich wieder an, das hier vorne rein zu werfen Ich werde es bereuen Wenn ich einmal damit anfange, mache ich es dann immer wieder Ach, Moment Was haben wir denn hier noch schön? Das ist noch ein Rübeneintopf So Zack, zack Ah, warte, ich muss die Ordnung wieder herstellen Es tut mir leid, aber ich hasse das Wenn das unsortiert ist So, zack und Schlange Bam Ich fände es irgendwie geil, wenn es noch einen Rucksack geben würde Es soll ja eh dann in den nächsten Updates Wann auch immer dieses Jahr Noch ein erweitertes Händlerinventar geben Und da fände ich es geil, wenn es irgendwie noch einen Rucksack geben würde Dass man vielleicht noch eine Reihe mehr davon kriegt Weil gewichtstechnisch Das war ja mal ein Killer-Move Habt ihr es gesehen? Ja, gewichtstechnisch ist es okay mit dem Gürtel Könnte natürlich immer besser sein Aber die Inventarplätze, die sind immer noch ein bisschen schwach Vielleicht kommt ja noch was in der Richtung Wäre ich definitiv nicht traurig drüber Wie weit sind wir denn hier schon lang gelaufen? Viel haben wir Moment Ist das hier doch teer? Sieht man es doch? Ne, das ist hier der kleine Fluss Okay, schade Na, ausdauertechnisch ist die Kombi nicht so nice Hm Da unten ist einer Baden Ja Ne, das war nicht mal der Das war der hier, komm Ist der blind oder was? Da haben wir noch ein Todes Kito Hab bloß keinen Bock jetzt auf den Loks zu treffen Weil wir haben keinen Knochenwanz am Start Und vor allem auch echt wenig Ausdauer, um irgendwie wegzurennen Natürlich auch keine Tränke dabei, so professionell wie ich bin Das ist eine riesen Teergrube Boah, das wäre ja geil Ne, es ist nur Wasser, oder? Ne Boah, guckt es euch an Jawoll Nice Da haben wir ja mal richtig Schwein gehabt Guck mal, wie viel Hitten die denn, wenn wir die unerwartet treffen Aber irgendwie nicht so wirklich mit Treffen Wenn wir auf genügend Abstand gehen Naja, ich wollte gerade sagen, dann teeren die uns nicht ein Wir haben eine scheiß Kombi Für Fernkampf, weil wir so verdammt wenig Ausdauer haben Boah, ich muss echt aufpassen, ne? Aua, 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 aua Ah, ja, aber dann, wenn du Oh Gott, oh Gott, wenn du aber auch einmal eingeteert bist Was willst du denn machen? Wir können eigentlich nur noch blocken Hoffen, dass irgendwann mal dieser ganze Teerscheiß aufhört Aber wir schaffen es nicht Wir sind gleich wieder tot, ne? Ja Ich habe keine Chance Ich weiß nicht, was ich machen soll Komm, jetzt trifft doch einmal nicht Vier Sekunden, drei Sekunden, zwei Sekunden Jawoll Und rennen Nein Boah, hier kommt ein Todes Kito um die Ecke Mann Wir hatten eigentlich so viel Leben, ne? Aber ohne Knochenwanz ist das echt schwierig Also gerade, wenn du viele von den Viechern kommen Hast du ein bisschen ein Problem Wenn du dauerhaft eingeteert bist Und dementsprechend kannst du halt nicht mehr ausweichen Weil du halt zu langsam bist Wenn du nicht ausweichen kannst, kriegst du Schaden Weil selbst mit Blocken Ich weiß nicht, ob man diese Dinger perfekt blocken kann Sich erst kurz davor das Schild aktivieren Können wir später gern mal ausprobieren Wenn es gerade nicht lebensbedrohlich ist Alter Vor allem die geben aber auch nicht nach Na geil, Todes Kito hat reingestochen Todes Kito, mein bester Freund Da ist noch eins Komm, geh in den Terplop rein Jawoll Boah, direkt weggehittet Ah, so ein Lebenstrank wäre schon geil gewesen Ich glaube, einen hat es erwischt, oder? Boah, den treffe ich doch nicht mehr Kommt er zurück? Ja, er kommt zurück Ach, spring doch nicht in dem Moment Nein, wehe, du triffst mich jetzt Dann flippe ich völlig aus Also ausweichen Dann Bogenspannen Draufschießen Dann springt er gleich wieder Springt die einfach so weit, dass die sich selber Schaden zufügen Wegen dem Fallschaden, oder? Wodurch passiert das, dass die dann einfach sterben Weil die Verbrennung war, glaube ich, nicht mehr da Mann, Mann, Mann Das war schon wieder echt knapp Ich meine, ja, die Lebensmittelkombi Ich meine, lebenstechnisch sieht es gut aus Aber wir hätten natürlich etwas Besseres reinhauen können Aber das ist natürlich eine riesen Teergrube Das gibt Hoffnung Da unten sind wieder extrem viele Lokse Ich war weiter oben, ne? Ich war nach hier an dem Stein Genau da hinten ist es Das wird es bestimmt noch nicht gewesen sein Guck mal, da sehe ich noch einen rumplopbern Der hat gesessen Der auch Zwei Hits tot, geil Und da hinten ist noch einer Weil der erste wahrscheinlich so schön reinhittet Zack Und direkt zweiten rein Denn tut er, bewegen tut er sich nicht Hä, was ist mit ihm? Jetzt, jetzt hat er Bock Jawohl Ist das noch ein Teer hier oben? Ah, wir haben eine Düsterplopp-Trophäe Bin ich ja mal gespannt, wie die auf dem Objektständer aussieht Wahrscheinlich hässlich Steckt im Teer fest Jetzt können wir mal gucken Hier geht es ja richtig ordentlich bergab Hier runter Dass wir das vielleicht in die Richtung aufschlagen Mal gucken, ob der Plan aufgeht Dass das hier ein bisschen Alles abfließt Zuerst mal keine Gegner Trotzdem krass Nur 144 Leben Also wir haben auf jeden Fall schon mal eine schöne Schräge Genau Das sieht gut aus Ach schön Großes Teer-Ding gefunden Hier sollte doch ein bisschen was rumkommen Das freut mich Weil dann kann ich heute definitiv noch weiterarbeiten Und hoffentlich das Dach fertigstellen Dann können wir uns ein bisschen an die Inneneinrichtung machen Zweite Etage noch reinziehen Eine schöne Treppe So ein bisschen aufteilen Das soll ja nicht ein großer Raum werden Sondern lieber mehrere kleine So hatte ich es mir zumindest vorgestellt Wird das jetzt schon wieder Nacht? Tage sind irgendwie viel zu kurz im Spiel So guck mal Hier muss doch mal ein bisschen was abfließen Reicht natürlich bei Weitem noch nicht Ich weh nicht, dass es dunkel wird Diese Teer-Gebiete sind eh schon so verdammt dunkel Da siehst du einfach gar nichts mehr Ich weiß nicht, können wir Zeitgleich noch eine Fackel in die Hand nehmen? Wahrscheinlich nicht Wir können uns eh keine bauen Baden die überhaupt? Nee, die gab es nur an der Werkbank, ne? Ach man, jetzt ist es dunkel Wie gesagt, bei euch sieht das immer noch mal heller aus Aber wenn du hier direkt in so ein Licht reinguckst Was dich anstrahlt Dann ist das echt ekelhaft Ich möchte auf jeden Fall Die Eisenhacke ist schon wieder fast kaputt Krass Müssen wir wahrscheinlich doch bald mal nach Hause Ja, komm Bleibt nichts anderes übrig Wenn wir das Zeug hier rausholen wollen Müssen wir die Eisenspitzhacke eh nochmal reparieren Die haben wir auch bloß auf der 1, ne? Da können wir langsam auch mal ein bisschen was machen Wir müssen eben mal gucken Wir müssen auch bald wieder Eisen sammeln Weil ich habe für die verstärkten Balken jetzt schon ein bisschen Eisen benötigt Also für die Rüstung wird es auf jeden Fall nicht mehr reichen Und dann können wir gleich mal gucken Dass wir das Portal auch direkt mit hier hinternehmen Da unten warten zwei auf uns Die möchte ich nicht Den möchte ich nicht begegnen Achso, ja, was ich euch eigentlich zeigen wollte Warte mal, vorletzte Folge war das Da habe ich ja gesagt Hier, ich wollte es euch eigentlich auf dem Handy zeigen Und Akku war leer Und habe dann gar nicht erklärt, was es ist Zwecks Abos nochmal Ich habe ja gesagt, also Ich meine das auch Dass ich mich wirklich über jedes einzelne Abonnement freue Ohne Ende, um was ich euch damit zeigen wollte Warte, wir gehen erstmal kurz nach Hause Nicht, dass mich hier in der Zwischenzeit irgendwas angreift Ist halt einfach Gucken, ob man es auf der Cam sieht Fältig scharf Naja, Fokus hat gerade gar keinen Bock Jetzt Ich habe ein Widget auf dem Handy Da oben seht ihr es Ich hoffe, man erkennt es ein bisschen Wo ich immer direkt, wenn ich mein Handy in die Hand nehme Sehe Wie viele Abos ich habe Und dementsprechend Wollte ich das einfach euch nochmal zeigen Ich freue mich wirklich über jeden einzelnen Deswegen drückt ihr Abo Den Abo-Button Wenn ihr mich glücklich machen wollt Ja, das wollte ich euch zeigen Habe ich mir irgendwann mal gekauft Ich weiß nicht, 2 Euro oder so hat es gekostet Aber das war es mir wert Und da habe ich immer gleich so ein kleines Widget Und sehe das immer Bald ich aufs Handy gehe Also Ich bin da immer up to date Haben wir hier natürlich wieder kein Holz mehr drin Warum auch Und nochmal eine Runde schlafen Viertelstunde schon wieder fast rum Oh Mann ey Naja, was soll's Wir schaffen das schon noch Können gleich mal schauen Wie viel Ter wir überhaupt noch einstecken Mal eins ach so Das andere habe ich ja vorne in die Kiste geschmissen Genau Ja, aber da komme ich definitiv wieder ein bisschen voran mit Ah, es wird so geil Muss man auch gucken Ich wollte ja die Eingangsbereiche auch nochmal ein Dach drauf zimmern Und das irgendwie damit verbinden Muss mal schauen Wie ich das am dümmsten anstelle So, wo ist die Schlange? Boah, es ist so dunkel bei mir Ach, ja So, da haben wir es geschafft Da haben wir Schlange Da steht auch das kleine Schifflein rum Ah, jetzt habe ich kein Holz Um das Ding abzubauen Ach, Mann Warum denn immer? Warum habe ich das überhaupt abgerissen? Wahrscheinlich, weil ich Holz brauchte Hier stehen jetzt natürlich nur Birken Warum stehen denn hier nur Birken? Aber gut zu wissen Dann können wir hier definitiv mal wieder ein bisschen Edelholz sammeln Kiste ist leer Komm, gib mir das Holz Könnte es vielleicht auch mit der Axt machen Äh, ja Genau, die meinte ich Drei Holz Äh, Leute Uh, 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 und da ist auch schon wieder so Ach, nö Äh, schön Schon wieder so vernebelt und die Sonne mit drin Und unser Essen geht leer Scheiße Und ich habe die Spitzhacke nicht repariert Ach, Mann Ach, schön Der Hauptgrund, warum ich mit euch zurück wollte Tut mir leid Tut mir leid Ah, ich hoffe, ich logge die jetzt nicht so nah ans Portal Dass wenn wir dann wieder zurückgehen Dass die direkt vor mir stehen Da habe ich wenig Bock drauf Na gut, dann können wir jetzt zumindest noch ein bisschen Holz mitnehmen Dass wir die Werkbank noch bauen können Um das Portal abzureißen Weil ich will das dann schon in den Tergruben stehen haben Wir müssen eh gleich nochmal was reinfuttern Ja, guck mal Eine Viertelstunde hält das noch, ne Es hat gerade mal die Hälfte Von dem, was es macht Und es ist jetzt schon am blinken Und verliert schon Wirkung So, ist repariert Ja, statt dem Fisch müssten wir uns mal noch irgendwas Schönes reinfuttern Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht Oh, warte mal Wir haben doch hier Rübeneintopf Macht der jetzt aber auch den Fisch weg Ja, perfekt Ausgeruht ist noch am Start Holz wollten wir noch mitnehmen Nehmen wir gleich 50 mit, was soll's Gut, jetzt aber Kommt Leute Wir wollen die Tergruben Die müssen wir noch ein bisschen hier leer kriegen Sonst Vorher mache ich hier nicht Schluss Dann darf ich jetzt eine Werkbank bauen Vielen Dank Spiel Dass du mir das erlaubst Was haben wir denn hier noch? Auch noch ein bisschen was rumliegen Werkbank weg Jetzt sind wir wahrscheinlich Nö, noch nicht komplett voll Aber das Der Move funktioniert, ne? Jetzt muss ich wahrscheinlich beide gleichzeitig blocken Kann nur einholen Ja, aber besser als gestochen zu werden Ach, stellt euch vor, das hätte geklappt Wäre das geil gewesen Ich weiß nicht, ob man's vielleicht auch schafft Ohne blocken Nein Ah Naja War nicht so geil Ich dachte so mit richtigem Timing Wird's bestimmt klappen Aber ich war ein bisschen zu früh am Start So, jetzt haben wir eine reparierte Spitzhacke Sehr gut Jetzt haben wir das Portal mit am Start Dann können wir das gleich hier hinten aufstellen Jetzt müssen wir nur noch das Teer irgendwie abgegossen kriegen Ja, die Kombi jetzt ist auch ein bisschen besser Wir haben mehr Ausdauer Zwar etwas weniger Leben Aber gerade wenn du hier mit der Spitzhacke arbeitest Ist Ausdauer doch schon das A und O Zack So Erledigt Ach, das war richtig dumm von mir Guck mal, das sind schön große Brocken Da kommt mehr raus Stecken aber immer noch fest Wir müssen hier noch mehr Mehr abhacken Nein, nicht damit Ach doch jetzt So Komm Hier ein bisschen tiefer Wenn wir den kleinen Kleinen Ding hier vorne noch Runter kriegen Dann müsste es doch jetzt besser abfließen, oder? Jawohl Der hier ist auf jeden Fall free Bam Was, das war nur drei Teer Vier Teer Ey, warum seid ihr denn jetzt so sparsam mit dem Zeug? Das sah doch wie so ein Riesenklumpen aus Müssen wir noch eine Nummer tiefer Ja, könnte, ja Klingt gut aus Ach komm Lies halt ab Wahrscheinlich immer noch nicht reichen Doch jetzt und Wieder nur Ach geil Es fliegt in die Luft Und steckt sich wieder fest Ah, hier ist Ist das ein Riesenklumpen, oder? Es sind einfach nur mehrere, ne? Ne, das war ein großer Jawohl Der Rest steckt immer noch fest Ja, das ist hier aber auch noch tiefer als der Rest Taut schon hin So, zack, zack, zack Her damit jetzt Jetzt fließt es ab Super Eins noch Bam Wie viel haben wir? 23 Stück Ist gar nicht mal so viel Die letzten Male hatten wir doch aus einem so einem Ding irgendwie 50 oder so rausbekommen, ne? Dafür, dass das hier so Riesengruben gerade sind Guck mal, wir können die eine Grube hier bestimmt in die andere umleiten Dann sparen wir uns ein bisschen Zeit Oh, wir sind schon bei 22 Minuten, ne? Naja, dann geht die Folge halt ein bisschen länger Und jetzt hier auf volle Kraft voraus Schön hier reinfließen Ah, ein bisschen tiefer müssen wir es noch kriegen Jetzt aber Jawohl, das sieht gut aus Das sieht gut aus Wird aber bei weitem noch nicht reichen Ich hab ein bisschen Schiss, dass hier auf einmal wieder so ein Plopp rauskommt Irgendwie fühle ich mich etwas unsicher gerade Guck mal, das Ding muss noch weg So Reicht natürlich noch nicht Hier drüben ist schon was frei Das auch noch nicht Ich weiß halt nicht inwiefern das reicht Wenn man einfach nur so daneben so eine kleine Grube macht Dass das kurzzeitig zumindest darüber fließt Aber ich glaube nicht, dass das viel bringt Aber die Gruben sind schon so gemacht Guck mal Also die hier müsste man auf jeden Fall leer kriegen Die ist nicht so voll Wenn ich die hier reinleite Müsste es doch klappen Könnte natürlich passieren, dass Durch das, was wir gerade freigemacht haben Dass der Spiegel da drüben wieder ansteigt Das wäre schlecht, aber ich probiere es trotzdem mal Wie sieht es aus? 24 her Hier ist noch eine kleine Stufe drin Ich glaube, die muss noch raus Dann sollten wir es geschafft haben Gieß ab Komm schon Es reicht Hier drüben könnte passen Jawohl Wieder nur drei Stück Eins hat sich wieder eingeteert Ne Doch Anscheinend schon Schade Wie sieht es denn aus? 27 Das reicht mir noch nicht Menno Oh, guck mal Der sieht frei aus Jawohl Auch wieder nur vier Stück Der auch Okay, also es dauert vielleicht wirklich auch einfach nur einen Moment Ach, Entschuldigung Vielleicht Darf ich einfach nicht so hektisch sein Aber so wirklich eine Riesenausbeute war das jetzt nicht Da habe ich irgendwie mit ein bisschen mehr gerechnet, ehrlich gesagt Naja, komm, wir holen das hier schnell noch Dass die Teergruben leer sind Dann können wir uns wieder nach Hause teleportieren Und ich guck mal, wie weit ich mit dem Teer komme Das dürfte frei sein Das auch gleich Komm, fließ mal ein bisschen nach da ab Jo, perfekt Und auch nochmal vier Das steckt noch fest Das hier auch Na, jetzt Jetzt füllt es sich glaube ich wieder Boah, das wird auch nicht mehr so viel sein Wie ist das hier ab? Boah, den hier müssten wir jetzt noch richtig viel machen Na komm, das sind zwei, drei Teer Scheiß drauf Dann ist es jetzt erstmal so Ist halt leider kein großer mehr dabei Der so richtig viel rausbuddert Naja, da hatten wir anscheinend wirklich Glück Mit den ersten Teergruben Aber es werden auch nicht die letzten sein Jetzt lasst mal kurz Bestandsaufnahme machen Wir haben 67 Teer Jo Naja, das heißt 67 ist so eine Dächer, ne? Eins kostet es, genau Sollte ich doch ein Stück mit vorankommen Dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss Ich kann ein bisschen Dach weiterarbeiten Seid auf jeden Fall gespannt drauf Wie es nächste Folge aussieht Bis dahin Macht's gut